So, nach nem kleinen Tag Snack, gehst du weiter mit Folge, äh, Episode 2, Folge Level 6. Mhm, 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 mhm. So. Ja, siehst du, weil mit deinem Secret-Level auch überhaupt keine neuen Waffen bekommen oder sowas. Aber deswegen, also gelohnt hat sich das Secret-Level für uns eigentlich gar nicht. Von daher, war gut. Oha. Vielleicht sollte ich sie wirklich erst von hier angreifen? Oh mein Gott, was hab ich getan? Bitte lass mich durch, lass mich raus! Oh. Ach, hier soll man normalerweise gar... ja eben! Ähm, oh! Bullshit! Äh, ja gut! Also das ist auf jeden Fall nicht der offizielle Weg, von daher gehen wir mal lieber... Alter, dass man hier mal irgendwas aufnehmen muss! Bullshit! Wow! Boah, ernsthaft? Der hat mich echt noch getroffen? Boah! So, jetzt kann ich die Dinger aufsammeln! Ist was behindert! Ja, ja, lach du nur! Boah! Okay, das ist Teleporter! Und hier ist der verdammt Ruckel! Äh, Yellow Car! Oh, super! Und hier werden wir garantiert direkt in der Falle gespawnt, bitte! Oh! Noch nicht! Oh! Oh! Noch ernsthaft, Leute? Fuck! Jaaa, Leute, alle schief hier! Was ist da was? Hier, komm! Fuck off! Goddammit! Was ist denn schon wieder? Ja, verstehe. Ach, du Scheiße. Wieso konnte ich jetzt gerade nicht zurücklaufen? Verstehe ich nicht. Guck mal da eigentlich rein? Ach, du Scheiße. Hä? Falsche Taste. Du bist ja blöde Kanne. Weg mit dir. Ah, du Scheiße, du Scheiße. Gut, unsere Rüstung können wir damit wieder auf die Teller abschreiben. Was? Das ist ja. Ah, verstehe ich nicht. Ach so, hier müssen wir lang. Fuck, dude. Komm mir hoch. Wow. Wow. Äh, okay. So. Da geht's runter. Ah. Wo muss ich jetzt hier hin? Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Dann komme ich hier wieder raus. Ah. So. So. Bisher haben wir noch gar nichts bekommen, was uns wie sinnvoll ist. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Oh. Wo müssen wir jetzt hier? Wo müssen wir jetzt? Oh, okay. Egentiv nicht gedruckt hier. Ist das Secret hinter? Das ist gar nicht, aber... Oh, die Dinger hat den Kretschfest. Ist ja nice. Was? 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 Warum haben wir jetzt alle hintereportiert, Tim? Ich hab keine Ahnung. Ach, da muss ich einfach gar nichts. Hoffenweise Crusher. Okay, zwei Stück. Na gut, wow. Ich geh erstmal da lang. Okay, der macht genau gar nichts. Na komm, komm, komm. Na gut, ich geh mal hier die Tür rein. Hurra! Quatsch, Alter. Ich hasse dich zu sehen. Oh, wir missen. Ne, von da kommen wir. Hätten wir ein bisschen da lang. Na komm. Hä, das war's schon? Oh, scheiße. Ich dachte, das war noch ein Fahrstuhl. Na gut. Ein Exit, das aussieht wie ein Fahrstuhl, hätte ich auch noch nicht gehabt. Ich dachte, der ist noch ein bisschen hoch, weil er hat dieser Fahrstuhl haltbar. Aber gut, das war's mit 2.6, war relativ kurz die Map. Na gut, ich schaue mit.